2,50 Euro alle 45 Sekunden mit dem Anschauen von Videos verdienen. Das klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich möglich, mit dem Schauen von ganz einfachen YouTube-Videos Geld zu verdienen. Im heutigen Video werde ich dir zwei Methoden zeigen, wie genau das möglich ist. Wenn du das auch möchtest, schau unbedingt das komplette Video bis zum Ende und verfolge jeden Schritt mit, damit du wirklich zu 100% verstehst, was du machen musst, um diese Ergebnisse zu erzielen. Denn wenn du einen Schritt auslässt, wirst du die gleichen Ergebnisse nicht erzielen können. Bei beiden Methoden handelt es sich wie immer um seriöse, geprüfte Methoden, die garantiert funktionieren. Aber auch hier wieder der Hinweis, nur weil sie funktionieren, heißt das nicht, dass du keine Arbeit investieren musst. Gerade am Anfang musst du das Ganze einmal für dich aufsetzen, damit es wirklich gut funktioniert. Aber bei dieser Methode hier hast du wirklich extrem wenig Arbeit und kannst dann dauerhaft einfach so mit dem Schauen von Videos Geld verdienen. Du brauchst also bereits nach kurzer Zeit hier überhaupt keine Arbeit mehr zu investieren, kannst ganz entspannt Videos gucken und wirst dafür bezahlt. Wenn dich Videos zum Thema Online Geld verdienen interessieren, gib dem Video jetzt schon mal ein Like, abonnier den Kanal und aktivier auch die Glocke. So verpasst du nichts mehr und dich erwarten hier jeden Tag neue Videos zum Thema Online Geld verdienen. Alle der heute gezeigten Methoden findest du in der Videobeschreibung verlinkt und du findest ebenfalls unsere weiteren liebsten Methoden zum Online Geld verdienen und unsere hilfreichsten Tools. Ich habe dir zusätzlich in die Videobeschreibung einige weitere hilfreiche Videos zum Thema Online Geld verdienen gepackt. So findest du also garantiert für dich die passende Methode. Lass uns direkt rein starten, ich wünsche dir viel Spaß. Wenn wir jetzt damit starten wollen Geld zu verdienen mit dem Schauen von YouTube Videos, brauchen wir natürlich erstmal einen YouTube Account. Dafür geht ihr auf YouTube und geht auf den Punkt Anmeldung. Dann geht ihr hier auf den Punkt Konto erstellen. Ihr wählt aus für mich selbst, gebt jetzt hier euren Vor- und Nachnamen ein, eure E-Mail-Adresse, erstellt ein Passwort und geht auf Weiter. Dann seid ihr auch schon registriert und habt den YouTube Account, den ihr für die heutige Methode braucht. Die nächste Plattform, die wir heute nutzen werden und von der wir auch unser Geld erhalten werden, ist Sprout Gigs. Auf der Plattform können wir verschiedene kleine Jobs und Aufgaben erledigen und werden dafür bezahlt. Unter anderem können wir hier auch YouTube Videos gucken, Kanäle abonnieren, YouTube Kommentare schreiben und kriegen dafür Geld. Mit der Methode hier könnt ihr auf jeden Fall sehr gutes Geld nebenbei verdienen, ohne irgendwelchen Aufwand zu haben. Und danach werde ich euch sogar noch eine weitere Methode zeigen, mit der ihr noch deutlich mehr Geld verdienen könnt. Sprout Gigs ist hierfür wirklich eine riesige Plattform und ich kann jedem empfehlen, sich hier einmal zu registrieren. Wir schauen uns das Ganze jetzt genauer an und gehen hier auf den Punkt Freelance. Und hier können wir schon sehen, was die Leute eigentlich auf der Plattform verdienen, aus was für Ländern diese so kommen. Und das sind jetzt hier wirklich nur die letzten abgeschlossenen Sachen und das aktualisiert sich auch alle paar Sekunden. Beispielsweise hat hier jemand bisher 18 Dollar verdient, 86 Dollar, jemand hat 70 Dollar verdient, hier haben wir 233 Dollar, 131 Dollar, 224 Dollar. Hier hat jemand aus Argentinien bereits 331 Dollar verdient, hier 433 Dollar, 24, 300. So geht das also die ganze Zeit. Und das sind wirklich nur die neuesten Einnahmen und Auszahlungen hier. Je nachdem wie aktiv ihr das Ganze macht, könnt ihr hier genauso viel verdienen oder auch deutlich mehr. Das ist ganz euch überlassen und ihr müsst natürlich gucken, wie viel ihr arbeiten möchtet. Wenn wir jetzt auch dieses Geld hier verdienen möchten, brauchen wir natürlich als erstes ein Sprout Gigs Account und dafür klicken wir hier auf Registrieren. Hier gebt ihr jetzt ganz einfach euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse, erstellt ein Passwort, bestätigt das, könnt euch hier noch einen Namen aussuchen, wählt dann euer Land aus und hier müsst ihr unbedingt den ersten Punkt anhaken. Dann stimmst du hier noch zu, klickst auf Registrieren, bestätigst deine E-Mail, schaust, dass diese auch im Spam-Ordner sein könnte und dann bist du auch schon registriert und kannst starten. Ich mache das jetzt einmal ganz schnell mit einem neuen Account und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt bei Sprout Gigs registriert und wir können mit dem Geldverdienen starten. Ihr könnt hier auch jederzeit wechseln, aber wenn ihr Geld verdienen wollt, solltet ihr auf diesem Punkt hier bleiben. Das Schöne bei Sprout Gigs ist, dass du dir das Geld ganz entspannt auf deinen Paypal auszahlen lassen kannst. Wenn wir jetzt mit dem Geldverdienen starten wollen, gehen wir in unserem Fall hier auf Microjobs und suchen dann hier nach Aufträgen. Hier gibt es unzählige verschiedene Sachen, wo ihr innerhalb weniger Sekunden Geld verdienen könnt. Man kann nicht nur YouTube-Videos schauen, sondern auch noch unzählige andere Sachen machen, auf die wir gleich noch eingehen werden. Beispielsweise könntest du hier jetzt in kürzester Zeit schon über 5 Dollar verdienen, indem du einfach ein YouTube-Video kommentierst, einen Artikel kommentierst, hier nochmal einen Artikel kommentierst und einen YouTube-Kanal abonnierst. Dafür kannst du einfach den eben erstellten neuen YouTube-Account verwenden und kriegst tatsächlich 1,70 Dollar, nur um diesen Kanal zu abonnieren. Wir wollen jetzt aber für das Anschauen von YouTube-Videos bezahlt werden und wählen dafür beispielsweise in den Kategorien hier Video-Marketing, gehen auf Suche. Und du kannst schon sehen, dass es da gerade am Anfang noch nicht so viele Ergebnisse gibt. Aber je älter dein Account ist und je mehr du bereits absolviert hast, desto mehr wird er auch erscheinen. Nach einer Zeit hast du hier immer mehr Aufträge, wo du YouTube-Videos gucken kannst. Dann kannst du einfach hier auf den Job gehen, wirst zum YouTube-Video weitergeleitet und das Beste an der Sache ist, du musstest ihn nicht einmal aktiv selber angucken, sondern kannst das Video einfach muten und im Hintergrund laufen lassen. Dann wirst du auch schon dafür bezahlt. Bis du hier mehr Aufträge bekommst, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das hier nochmal zurückzusetzen. Einfach hier nach den besten Aufträgen zu suchen, die am meisten zahlen und da kannst du teilweise sogar noch schneller Geld verdienen. Wir gucken uns jetzt mal dieses Beispiel an, in dem wir hier etwas kommentieren sollen. Und du wirst gleich sehen, bevor wir damit starten können, müssen wir hier noch etwas erledigen. Wir müssen nämlich als erstes noch ein paar weitere Daten zu uns angeben, was ihr hier ganz einfach machen könnt. Ihr wählt euer Geschlecht aus, euer Geburtsdatum, eure Stadt und wählt eine Sicherheitsfrage aus. Das mache ich jetzt einmal schnell und wir sehen uns gleich wieder. Hier wird uns jetzt erklärt, wie wir das Ganze erledigen können und wir sollen uns einfach dieses Video hier anschauen, einen Kommentar schreiben, dann einen schnellen Screenshot machen, diesen hier hochladen und dann können wir schon auf Absenden klicken. Das ist also eine extrem gute Möglichkeit, wie ihr einfach Geld verdienen könnt. Und wie ihr hier eben schon gesehen habt, gibt es noch viele, viele andere Aufträge. Schaut also immer aktuell nach guten Aufträgen zum Videos gucken und erledigt hier auch in der Zeit gerne die anderen Aufträge, da ihr auch hier sehr gutes Geld verdienen könnt. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Erfolg dabei und wir gehen weiter zur nächsten Methode, bei der ihr sogar noch mehr Geld verdienen könnt. Für die zweite Methode müssen wir jetzt erstmal auf YouTube gehen und suchen hier nach einem Thema, das sehr gefragt ist und immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Das können Sachen zu bestimmten Mythen sein, zu Tieren, vielleicht zu Außerirdischen oder in unserem Fall habe ich jetzt einfach mal nach Megalodon gesucht. Für die, die es nicht kennen, das ist eine riesige Art von Urzeithai, bei dem einige vermuten, dass diese Art von Hai noch existieren soll. Deswegen gibt es immer wieder Videos, die extrem viele Aufrufe generieren, wo so ein Hai angeblich gesichtet worden sein soll. Beispielsweise gibt es hier jetzt ein Video dazu, was schon 14.000 Aufrufe nach einem einzigen Tag hat. Hier gibt es ein Video, das bereits 11 Millionen Aufrufe hat. Hier haben wir 93 Millionen Aufrufe, 50 Millionen Aufrufe, 2,5 Millionen Aufrufe. Also wirklich ein sehr relevantes Thema, das sich viele angucken. Ihr habt jetzt entweder die Möglichkeit selber sehr einfache Videos zu dem Thema zu erstellen oder fertige Videos hier schon zu nehmen. Darauf werden wir jetzt im heutigen Video nicht weiter eingehen, da das den Rahmen sprengen würde. Aber wenn ihr noch selber Videos zu diesem Thema hochladen würdet, würdet ihr deutlich mehr Geld verdienen. Ihr könnt aber auch Geld verdienen, indem ihr ganz einfach hier fertige Videos nehmt, die von anderen Leuten erstellt werden und ich werde euch jetzt zeigen, wie das geht. Ich habe hier jetzt einfach mal nach Megalodon gesucht und hier irgendein Bild runtergeladen. Ihr solltet unbedingt darauf achten, ein Copyright-freies Bild zu nehmen, wofür es mehrere Plattformen wie beispielsweise Pexits.com gibt. Jetzt suche ich hier nach einem Playbutton-Icon, damit unser Thumbnail wirklich aussieht, als könnte man raufklicken. Und lade hierfür auch irgendeins runter, das mir gefällt. Als nächstes gehen wir auf Canva, um unser Design zu erstellen. Mit Canva kann wirklich jeder schöne Designs erstellen und du brauchst hierfür überhaupt kein Vorwissen. Den Link zu Canva findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Wir gehen hier jetzt auf Design erstellen und wählen dann den Punkt Pinterest pin aus. Das brauchen wir, da wir das Ganze gleich über Pinterest bewerben wollen. Ich habe hier jetzt einfach meine ausgewählten Designs hochgeladen. Jetzt müssen wir das Ganze noch richtig in Form bringen. Das geht mit Canva wirklich extrem einfach. Ihr könnt das hier einfach so ziehen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal schnell erstellt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr es ein bisschen hübscher macht. So könnte euer Thumbnail dann aber beispielsweise aussehen. Das speichert ihr jetzt einfach und wir gehen weiter zum nächsten Schritt. Jetzt müsst ihr euch hier erstmal bei Pinterest registrieren. Das geht extrem schnell und einfach. Und wenn ihr das erledigt habt, geht ihr hier auf Erstellen und wählt dann Pin erstellen aus. Hier werden wir jetzt über die Zeit sehr sehr viele Pins mit verschiedenen Titeln, Beschreibungen und Thumbnails erstellen, die dann gut ranken sollen, uns Klicks bringen und wodurch wir Geld verdienen werden. Das Geld werden wir von einer Plattform erhalten, die ich euch gleich zeige. Erstmal laden wir jetzt hier unser Thumbnail hoch, fügen hier jetzt noch einen Titel hinzu, dann wählt ihr hier eine Beschreibung aus und fügt hier jetzt einen Link ein. Über diesen Link werdet ihr auch das Geld erhalten und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Hierfür verwenden wir die Plattform uii.io. Von der Plattform hier werdet ihr bezahlt, jedes Mal wenn Leute auf eure Links klicken. Dafür registrieren wir uns jetzt erstmal kostenlos. Und sobald ihr das erledigt habt, sind wir hier schon in unserem Dashboard. Unter dem Punkt Payout Rates können wir sehen, was uns die Plattform eigentlich bezahlt. Und das bezieht sich hier immer auf 1000 Link-Klicks. Je nachdem aus welchem Land die Besucher kommen, erhalten wir hier verschiedene Summen an Geld. Denn für Leute aus Australien, Kanada, Dänemark, Schweden, der Schweiz, UK, United States, erhalten wir jeweils 6 Dollar und für die anderen Länder hier 5 Dollar. Dann gibt es noch andere Länder, für die wir deutlich weniger erhalten, aber die hauptsächlichen Besucher werden eh aus Deutschland kommen. Dort erhalten wir für alle 1000 Aufrufe jedes Mal 5 Dollar. Diese Aufrufe werden wir jetzt über Pinterest generieren. Und damit wir auch unser Geld erhalten, wählen wir hier einfach ein passendes Video aus, kopieren den Link. Wie gesagt, am besten wäre es, wenn ihr sogar ein eigenes Video hochladet, da ihr dann direkt doppelt profitieren könnt. Dann gehen wir hier zurück auf die Plattform und klicken hier auf Shorten Link. Hier fügt ihr den Link ein, klickt einfach hier auf Kürzen und schon erhaltet ihr euren neuen Link. Den könnt ihr nun kopieren, fügt ihn hier bei Pinterest ein, fügt noch die Beschreibung hinzu und dann könnt ihr auch schon euren Pin erstellen. Das macht ihr jetzt mit dem gleichen Link für ganz viele verschiedene Thumbnails. Testet hier verschiedene Titel und Beschreibungen und je mehr Pins ihr hier erstellt, desto mehr Einnahmen könnt ihr generieren. Ihr könnt hier natürlich Pins zu verschiedensten viralen Themen erstellen und werdet dann jedes Mal bezahlt, wenn Leute auf eure Links klicken. Hier könnt ihr das Ganze dann immer perfekt tracken, seht, was ihr schon verdient habt. Und hier ist es wirklich möglich, über die Zeit, wenn ihr das Ganze immer größer aufbaut, mehrere tausend Euro im Monat zu verdienen. Und dafür hattet ihr jetzt überhaupt keinen Aufwand, außer ein paar YouTube-Videos zu gucken und zu schauen, welche passend wären, dazu einen Pin zu erstellen und dann schon mit dem Geldverdienen zu starten. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und berichtet gerne, wie es bei euch läuft. Wenn du jetzt sagst, dass das für dich zu aufwendig ist, du keinen eigenen YouTube-Kanal machen möchtest, das vielleicht nichts für dich ist und dir das zu viel Arbeit bedeutet, habe ich noch eine Alternative für dich und hierbei handelt es sich um Copy Trading. Beim Copy Trading kannst du ganz einfach passiv Geld verdienen und musst wirklich überhaupt nichts dafür tun. Du kannst hier erfahrene, professionelle Trader kopieren, die dies hauptberuflich machen und jeder Trade, der von diesem Trader eröffnet wird, wird automatisch auch für dich eröffnet. Wenn jetzt ein Trader beispielsweise mit einer dieser Aktien hier handelt und damit 1.000 Euro Gewinn macht, machst du diese 1.000 Euro Gewinn komplett automatisch auch. Das ist also aktuell die wirklich einfachste Methode, um Online-Geld zu verdienen und wenn du das ausprobieren möchtest, findest du den Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn du eine der heute gezeigten Methoden ausprobieren möchtest und jetzt noch heute mit dem Geld verdienen starten möchtest, findest du alle Links in der Videobeschreibung. Du findest in der Beschreibung außerdem unsere weiteren liebsten Methoden, um Online-Geld zu verdienen und unsere hilfreichsten Tools. Ebenfalls sind in der Beschreibung weitere hilfreiche Videos zum Thema Online-Geld verdienen, damit du garantiert das Passende für dich findest. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen und falls dem so ist, würde ich mich wirklich von ganzem Herzen über ein Like und ein Abo freuen und aktiviere auch gerne die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Dich erwarten hier jeden Tag neue Videos zum Thema Online-Geld verdienen und ich unterstütze dich auf dem Weg dahin, dein erstes Geld online zu verdienen. Wenn du irgendwelche Fragen zum heutigen Video hast, schreib mir sehr gerne, ich bin gerne für dich da. Abonnier also jetzt schon mal den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Hier findest du jetzt noch ein für dich persönlich vorgeschlagenes Video mit weiteren hilfreichen Tipps zum Thema Online-Geld verdienen. Schau es dir also gerne einmal an und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020